ja grüß euch da sind wir wieder bei assassin's creed 4 und wir machen genau dort weiter wo wir das letzte mal stehen geblieben sind und zwar haben wir ja den marine auftrag da aufgenommen war da zwar schon am schiff aber egal spanische fregatte versenken und zwei spanische briggs versenken und das werden wir jetzt gleich einmal machen weil ich möchte dieses vorderen noch abschließen obwohl ich jetzt natürlich auch schon gespannt bin echt wie es in der story weitergeht das ist ja auch nicht gerade und spannend aber wir machen zuerst mal das das heißt ich muss spanische schiffe finden ich hoffe das sind spanier schauen wir gleich einmal was das ist und keine briten ja genau da haben wir ein spanier was ist das ein schoner nutzt uns nix was haben wir da eine fregatte dann würde ich gleich einmal sagen die nehmen wir uns gleich neun mörser haben wir noch das muss reichen das ist daneben aber auch in der krone das war aber das geht ja da in der reich für vor so vor ja alles damit können wir leben von drei vorhanden da hinten ist gleich eine brigg das war Die Hammerwahl Okay, jetzt holen wir uns die Brick Ist das hier in Spanien auch? Jawohl Was macht denn der dafür Mahn darum? So Dann holen wir uns da Weißt du nicht was der macht? Gut Da knallen wir mal voll rein Ah, ganz schön gut gepanzert für eine Brick Ah, das geht ja auch wunderbar So einen toll ausgerüsteten Schiff ist das überhaupt kein Problem So, das waren einmal eine Fregatte, eine Brick So gut wie keine Schäden am Schiff Die muss ich versenken Die Fregatte zeigt er mir gar nicht mehr an Ich möchte mir die aber schon vorher holen Sprich entern auch noch die Schiffe Zumindest gleich einmal wieder Beute abgreifen Wenn ich schon da bin Gelben heute So, weil die so gelbe So, dann wollen wir da mal entern Okay Das gilt also schon quasi als versenkt Kann ich die nicht entern? Was ist da los? Zum Entern Eben Ah, jetzt geht's So Was müssen wir machen? Gegnerische Crew und den Käpt'n Der Freund steht da oben rum Ja, das ist wieder sein kleiner Unzerstörbarer Aber den habe ich So Gleich dort reinheizen, wo die Fässer stehen Ah, die da auch gleich weg So Wo bist du denn jetzt? So Nächsten holen wir uns Noch ein bisschen ausweichen vom dicken Eumel Und es passt schon Gut Was habe ich da jetzt erbeutert? Was hat die überhaupt geladen gehabt? Was ist ja das Interessante? Oh, 180 Metall Na, das kommt natürlich Ganz laiwern drüber Echt Und wir nehmen uns in die Flotte auf Jetzt holen wir uns die Brick auch noch Okay Na, wir nehmen uns die Haie Jawohl So Die holen wir uns auch noch Jawohl Da vorne Der Käpt'n Noch ein Hammer Einen Schuss habe ich noch Das ist er Und da brauche ich nicht einmal rüberhupfen Vielleicht hat die auch nochmal so schön Metall geladen Das wäre überhaupt genial Nein Holz Ne, Holz brauchen wir auch Und gleich in die Flotte aufnehmen Bei Verschachern kann man ja die Schiffe immer noch Okay, jetzt brauche ich noch eine So eine Spanische Brick brauche ich noch eine Schauen wir gleich einmal da rüber Zwei Schiffe ist die Chance groß Dass eine davon eine Brick ist Vielleicht auch wieder eine Fregatte dabei Soll mir aber auch wurscht sein Okay, da haben wir schon mal eine Fregatte Was hat die geladen? Rum nur Und dahinter ist Das ist aber ein Schoner Wenn ich das richtig gesehen habe Oder nein Ist eine Brick Ja, dann würde ich sagen Machen wir das Ganze nochmal, oder? So Die haben wir gleich einmal schön Das hat nichts gebracht Okay Aber der trifft Jawohl So, jetzt kommt da die gute Brick auch vorne weg Das heißt, das habe ich jetzt hole ich mal da noch die Fregatte Ja, weiß ich, dass ich die Mission beendet habe Aber trotzdem mache ich da jetzt noch weiter Logischerweise Ah, der war zu Aber der trifft schon Ja, genau Hinter der Brick in Deckung Nee So Und was hätte ich sagen, war es, ne? Holen wir uns die zwei Schiffe noch schnell Was? Ahnung, Gebiet nicht verlassen? Welches Gebiet? Welches Gebiet habe ich jetzt verlassen? Egal So Holen wir uns gleich nochmal die Gut, 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 gut Da oben steht die ganze Bagage rum Ah, der war natürlich für die Würsch, der Treffer Das ist mir das Fass was Ah, jetzt treffe ich ja Der Käpt'n Den noch wegblasen da Okay, und den Rest holen wir uns einfach so Aha Du auch gleich, Freund So Da der Nächste Nicht davonrennen Alle kommt's dran Einer nach dem Einer nach dem anderen Ach Gott Da gibt's jetzt einmal Ein Ruder Genau Okay Die hat jetzt kein Metall gehabt Die hat nur Rum und so Zeug Aber das ist ja auch eine Menge wert Also es ist ja nicht so, dass das nichts wert ist, ne? 100 rum Das ist schon Sechs schwere Kugeln Drei Meierseggeschosse Ja, das passt Und mein Schiff ist voll intakt Soll ich die Indie Flotte aufnehmen? Dann kommt der Pirate Ja, ist wurscht Kommt der Piratenjäger Soll man auch recht sein Ah, wie schaue ich da wahrscheinlich das Gebiet vom Vor nicht verlassen Das hat er mir zuerst angezeigt Naja, der Gauschen fällt manchmal erst später bei mir So Das holen wir uns jetzt noch Genau, ran an die Beute, Freunde Die holen wir uns So Da Auf dem stehen eine ganze Menge Die gegnerischen Kundschafter Da habe ich auch schon einen erwischt Ist mir denn das gelungen? Naja, soll man recht sein Ah Dann holen wir uns gleich einmal die Kundschafter Brauche ich eh nur mehr einen Wo bist denn du? Da drüben Okay So Den Rest holen wir uns jetzt so Okay Würde ich sagen, das war's Die böse Fregatte Einen kleinen Eroberungsfeldzug da gestartet So Soll ich Bekanntheitsgrad verringern machen? Ja, es soll's Ist zwar Fregatte, aber es Bekanntheitsgrad verringern Feuert ihr an, Jungs Okay Haben wir auch Dann würde ich sagen Zurück zum Vor Bin jetzt schon ganz in der Nähe Von der Mission Aber ich möchte natürlich Nein, welches war denn das? Eh das da Da muss ich her Schnellreise Gleich den zweiten Marineauftrag abholen Und dann geht's mit der Mission weiter Okay Also bin ich denn da jetzt so weit weg? Ja, egal Gibt sich das aus? Jawohl, geht sich eh aus Gut, wo ist er denn? Ja, muss ich nicht Aber Schmugglerhöhle Okay Das ist gleich die nächste Marinemission Aber die gibt's erst im nächsten Teil Bis dahin sage ich Danke fürs Zuschauen Und Pfiat euch!